So, jetzt sind wir wieder da, aber das mal speichern wir. Und wir probieren es gleich noch mal, so, den haben wir niedergesteigt. Und da ist nicht 4, jetzt sind nur noch 3 da und 2, jetzt muss die dritte. Was ist da hinten, ist sie? So, wir speichern ja jetzt öfters. Sonst müssen wir ja ständig von vorne wieder aufhungern. So, jetzt sind wir ja schon mal. Oh, und da sind noch mehr Fliegen. Aber wir laufen jetzt auch ohne besser Rüstung nicht im Wald spazieren. Ähm, wer ist denn der ist da hinten? Hey, du! Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Ork-Gebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. So, gern geschehen. Ins Ork-Gebiet. Also Ork sehe jetzt zumindest keinen. Ich weiß nicht. Dafür an Rudel Wölfe. Oder Schlimmeres. Oder Schlimmeres. Aber das wollen wir jetzt auch gar nicht herausfinden. Gut, geht es gut. Achso, das haben wir schon gesäubert, ja wir hängen schon wieder irgendwie fest. Mordracht, den müssen wir auch noch erledigen. Der ist ja im neuen Lager, aber wir kommen nicht in die Kneipe rein, weil wir 100 Erz brauchen dafür. Der Lörker am Damm. Das wäre auch im neuen Lager. Ja, da haben wir uns ja schon zweimal probiert, am Lörker. Der hat uns zweimal kaputt gemacht. Wollen wir das vielleicht probieren in Arena-Kämpfer? Was ist mit der Kisten da, die steht schon so einsam rum? Wir haben jetzt keine niedrige mehr. Jetzt hätten wir ja fast die Kiste aufgebracht. So, da wäre die Arena. Hey du! Kluges Kerlchen. Geh zur Seite! Moment einmal, ähm... Wollen wir das probieren oder... Sind wir dafür noch zu schwach? Lernpunkte haben wir keine. Ja, wir probieren das einfach mal. Aber erst füllen wir unsere Lebenspunkte auf. Und speichern. Voll Sneaky Haut. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Ach, wir wollen ja nicht wetten. Wir wollen ja kämpfen. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich hab gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Ähm... Wann bin ich ja ausreden? Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier. Nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast zwei Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor Sie mich hier reingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für zwei Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketti meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ich...